Herzlich Willkommen bei Giesel Haustechnik in Horgen. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahre 1981 haben wir in vielen hundert realisierten Projekten immer wieder bewiesen, dass wir unsere Kunden verstehen und jede Herausforderung meistern. Als verantwortlicher Partner stehen wir Ihnen von der Projektierung über die Realisierung bis zur effektiven Betreuung zur Seite. In allen Bereichen denken wir im Sinne unserer Kunden voraus. Langfristige Wirtschaftlichkeit, qualitätsorientierte und organisatorische Zuverlässigkeit sowie überzeugende Kosten-Nutzen-Relationen tragen zur Umsetzung Ihrer Wünsche und unserer Ziele bei. In jedem Gebäude ist Wasser ein unerlässlicher, integraler Bestandteil. Egal ob es um Be- und Entwässerungssysteme oder um Bädertechnik geht, wir planen professionell und Ihrem Anforderungsprofil entsprechend. Gerne konzipieren und realisieren wir Ihre Wärmelösung mit optimalem Raumklima für Ihre Heizungs- oder Lüftungsanlage. Anpassungen an Dach und Wand werden von unseren Spenglern kompetent ausgeführt. Selbstverständlich sind wir auch aktiv in der Lehrlingsausbildung tätig. Als qualifizierter Ausbildungsbetrieb sorgen wir für stetigen Wissenstransfer. Übrigens, durchgehende Erreichbarkeit aller Servicewagen für schnellstmöglichen Einsatz sowie Notdienst sind für uns selbstverständlich.